Bhagavad Gita, erstes Kapitel, Vers 23 Lass mich all diejenigen sehen, die zum Kampf gekommen sind, um so den bösartigen Sohn Tritarashtras zu erfreuen. Erklärung Es war ein offenes Geheimnis, dass Duryodhana in Zusammenarbeit mit seinem Vater Tritarashtra durch üble Machenschaften das Königreich der Pandavas an sich reißen wollte. Daher mussten alle, die sich Duryodhana angeschlossen hatten, von gleicher Gesinnung sein. Arjuna wollte sie vor Beginn des Kampfes auf dem Schlachtfeld sehen, um zu erfahren, um wen es sich handelte. Er hatte jedoch nicht die Absicht, ihnen Friedensverhandlungen vorzuschlagen. Obwohl er sich des Sieges völlig sicher war, denn Krishna saß neben ihm, wollte er sie dennoch sehen, um die Stärke abzuschätzen, der er zu begegnen hatte. Er resultado, wenn sie des Sieges ämne